In dieser Videoanleitung zeige ich Ihnen, wie Sie gezielt Inhalte vorbereiten, um diese dann in Ihrem Newsroom einbinden zu können. Wie Sie den Newsroom dann aufbauen können, das Layout anpassen und den Newsroom auf Ihre Webseite oder Ihrem Intranet integrieren können, erfahren Sie in weiteren Videoanleitungen. Bevor Sie anfangen, einen Newsroom für sich einzurichten, ist es unbedingt ratsam zu überlegen, welche Inhalte in Ihrem Newsroom dargestellt werden sollen. Insgesamt können Sie Ihren Newsroom aus unterschiedlichen Bereichen befüllen. So haben Sie zum Beispiel die Möglichkeit, komplette Suchprofile, aber auch Medienpanels oder gezielte Meldungsselektionen über die Ordnerfunktion einzubinden. Sie haben also die volle Kontrolle darüber, welche Inhalte angezeigt werden sollen oder eben auch nicht. Am einfachsten ist die Übernahme eines kompletten Suchprofils in Ihren Newsroom, denn dieses haben Sie im Regelfall schon im Einsatz und müssen daher keine weiteren Einstellungen vornehmen. Sie haben jedoch auch die Möglichkeit, gezielt für Ihren Newsroom eigene Suchprofile anzulegen. Vielleicht wollen Sie ja andere Ergebnisse monitoren, als im Newsroom dargestellt werden sollen. Wie Sie Suchprofile anlegen, wird in einer anderen Videoanleitung erklärt. Für meinen späteren Beispiel-Newsroom habe ich mir ein Suchprofil EchoBot angelegt, welches ich dann einbinden möchte. In allen Suchprofilen werden immer die drei Silos Online-Medien, Social-Medien und Print-Medien angezeigt. Diese kann ich auch beim Einrichten des Newsrooms später berücksichtigen. Die zweite Möglichkeit der darzustellenden Inhalte sind die Medienpanels. Ein Medienpanel gibt alle vorhandenen Ergebnisse von selbst ausgewählten Quellen aus, unabhängig von irgendwelchen Suchabfragen. Zum Test habe ich das Medienpanel EchoBot angelegt, in dem alle in der Datenbank vorhandenen Inhalte zur Webseite echobot.de aufgelistet werden. Dieses Medienpanel kann ich später im Newsroom auswählen und zum Beispiel einen Ticker daraus bauen. Um wirklich gezielt Inhalte im Newsroom zu veröffentlichen, bietet sich die Option der Ordner an. Mit den Ordnern können Sie sehr genau selbst bestimmen, welche Meldungen im Newsroom angezeigt werden sollen, nämlich nur die Meldungen, die Sie auch tatsächlich in einen Ordner gelegt haben. Selbstverständlich können Sie mehrere Ordner mit unterschiedlichen Inhalten anlegen und somit Ihre Flexibilität noch besser nutzen. Da ich in meinem späteren Newsroom-Beispiel gezielt nur die aktuellste Social-Media-Meldung anzeigen möchte, habe ich mir einen Ordner angelegt, in dem nur diese eine Meldung vorhanden ist. Mit diesen drei Varianten können Sie schon sehr schöne und informative Newsroom-Dashboards erstellen. Sie können jedoch auch noch Videos oder Bilder einbinden. Hierfür sollten die Videos und Bilder am besten online per Link zugänglich sein. Bilder können auch auf der Festplatte gespeichert sein. Nachdem jetzt die Vorab-Gedanken zum Thema, welche Inhalte möchte ich in meinem Newsroom anzeigen, abgeschlossen sind, ist es an der Zeit, den Newsroom zu erstellen. Wie Sie einen Newsroom Schritt für Schritt anlegen, erfahren Sie in der nächsten Videoanleitung.